Hi, ich bin Josie Maron und ich spiele Mia in Need for Speed Most Wanted. Rennen solltest du wirklich nur im Spiel fahren. Sei auf der Straße vorsichtig und verantwortungsbewusst. Und anschnallen ist Pflicht. Ich bin Josie Maron und ich bin Josie Maron. Ich bin Josie Maron und ich bin Josie Maron. Die Sache zwischen dir und Razor ist allein deine Angelegenheit. Ab jetzt solltest du dich um nichts anderes mehr kümmern. Ich bin Josie Maron und ich bin Josie Maron. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Gemeldet der Verdächtiger in Sicht. Verfolge mit Code 3, der Typ hat mich gesehen. Verdächtiger fährt nach Westen, auf dem Highway 201. Zentrale 10-480, wir brauchen Ihre Hilfe mit diesem Typ. Okay, Roger, 22. Einheiten haben sich gemeldet und sind unterwegs. Ah, jetzt rein. Unterstützungseinheiten! Fahrzeug wurde zuletzt gemeldet in Richtung Westen, auf dem Highway 201. Alle Straßen in seiner letzten bekannten Fahrtrichtung werden abgesperrt. Einsatz ist weiterhin Code 6 und wird auf TLC 3 koordiniert. Schwerer heißen noch keinen Kontakt zum Verdächtigen. Ich patrouliere westlich von ihm. Alle Einheiten, ihr könnt den Einsatz beenden und wieder auf Streife gehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020